Hola und herzlich willkommen auf Mallorca. Wir sind heute in Porto Cristo unterwegs, unter anderem in den Drachenhöhlen und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich begleitest. Ich bin Sebastian Nontur und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles was dazu gehört. Wenn du neu hier bist oder das bisher noch nicht getan hast, Kanal abonnieren, Benachrichtigungen einschalten und nichts mehr verpassen. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Der Ort Porto Cristo liegt an der Ostküste von Mallorca und hat ca. 7000 Einwohner. Das Charakteristische an dem Ort ist der in eine Flussmündung gebaute Hafen, der sich quer durch den Ortskern zieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Los geht's. Musik 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 Die Cuevas del Drac sind ein ausgedehntes Tropfsteinhöhlen-System bei Porto Cristo. Der begehbare Teil ist 1200 Meter lang. In diesem Teil befinden sich auch mehrere unterirdische Seen. Der größte ist 177 Meter lang, durchschnittlich 30 Meter breit, bis zu 12 Meter tief und damit der größte unterirdische See Europas. Erwachsene zahlen 17 Euro Eintritt, Kinder ab drei Jahre 10 Euro. Bei Vorabbuchungen online gibt es jeweils 1 Euro Rabatt. Der Einlass erfolgt in Gruppen immer zu bestimmten Uhrzeiten, die man vorab auf der Website guevasdeldrac.com einsehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurz vor dem Ende des Rundgangs durch die Cuevas del Drac gelangt man zum Auditorium am Großen See. Hier findet ein kurzes Konzert statt, welches seit 1935 in unveränderter Form aufgeführt wird. Die Musiker werden dabei in Booten über den See gefahren. Jegliche Aufnahmen während des Konzerts sind leider verboten. Im Anschluss können sich die Besucher ebenfalls von den Booten ein Stück über den See in Richtung Ausgang fahren lassen oder den Fußweg neben dem See benutzen. Die Musiker werden damit verloren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020